Ein Strei, ein Strei aus Eckendorf, hab ich mich gewundert, ja, warum ist er zu Geld gekommen, ja, hat er früher gar nichts gehabt, doch ja, auf einmal hat ein Bruder, ja, eine ganze Firma, ist doch klar, hat viel Geld quer und ein paar Geier, da klappt man, da ist der Wohlstand ausgebrochen, ja, der zweite Bruder, ja, 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 hat 30 Hektar, ist doch klar, 30 Hektar, 30 Hektar hat er gekappt, doch, ja, jetzt hat er 300, ja, 300 Hektar, Hektar, ja, ist der Unterschied sogar, und lauter Leumaschinen, ja, neun, neun, gerade gar, dann frage ich mich auch wirklich, ja, Ja, woher kommt dieses Geld sogar, woher kommt dieses Geld, ach ja, ich weiß es, weiß es wirklich, ja, aber ich sage, sage es momentan nicht, ach ja, erst wenn er verurteilt wird, ach ja, dann sage ich es dem Richter, ja, 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 wo hat er das Geld bloß her, ich weiß es, ich weiß es genau, ach ja, Ja, wenn der Richter mich fragen sollte, ja, muss ich den Richter überprüfen, ja, ob er zur Bande gehört, ach ja, wenn er nicht zur Bande gehört, ach ja, dann kann ich es ihm sagen, ja, dann, dann kriegt er vielleicht Urlaub, ja, in Hefen, in Stein sogar, haha.